Ich heiße Ilse Heberger und unser heutiger Themenabend ist betitelt Leben. Und dann habe ich ein Gedicht aufgesucht, das ich 1988 geschrieben habe. Weit ist der Weg durch die Zeit. Der Mensch tritt in die Welt, beginnt zu reifen und lernt den Sinn des Seins erst tastend zu begreifen. Auf seinem Lebensweg leuchten ihm Freiheit und Glück, darin sich die Flügel entfalten, hindert heftiger Sturm ihn auch manchmal daran, seine Zukunft nach Blan zu gestalten. Mit fünf frischen Sinnen und Reiseschonen strebt er kraftvoll ins Leben hinein. Gleichwohl lehrt die Erfahrung, an Kummer und Sorgen tragen alle, nicht nur eine allein. Solange die Sonne sich täglich erhebt, mit ihr Sehnsucht, Freude und Leid, steht unser Hoffen. Gewissheit wird sein, nach dem weiten Weg durch die Zeit. Vielen Dank.